Boah, hier hab ich ne geile, Alter. Sie sieht geil aus, Alter. Die hat rote Haare und nen Zopf, Alter. Hier auch schon wieder. Hab in meine Höhle. Hier ist ne Sichel, Alter. Ich geb dir jetzt bitte Sichel, Alter. Komm her. Flatsch! Auf den Hinterkopf und dann in die Höhle schleifen? Alter, die hat ein Pfeil im Kopf. Äh, ich hab da Marker gesetzt. Raus hier. Dezent, stressfrei. Okay, also dann auch noch mal von mir ein herzliches Hallo, hallo, liebe Gaming-Buddies. Zu dem Spiel, dessen Name eindeutig zu lang ist. Aber wir sind zu dritt, wie ihr oben links wohlgesehen habt. Super heftig, ziemlich zockt und meine Wenigkeit, euer Lucky. Grüße an die vielen Milliarden Zuschauer auf den beiden anderen Kanälen. Bei mir guckt eh keiner, ich weiß das. Ja, wir stürzen uns rein ins Getümmel. Drei-Mann-Squad-Team und, äh, super heftig, dachte er ist super heftig und macht uns jetzt hier die Hölle heiß und gibt uns Anleisen und so als kleiner Drill-Instruktor. Ganz genau, so sieht's aus. Ja, solange du nicht saft und müssen uns ausziehen, ist die Welt in Ordnung. Zum Ausziehen kommen wir später. Mach das doch grad deine Frau schon mal hin. So, wir haben jetzt hier ein paar Häuser für sich, allein. Ich hab ne Polizeiweste und Handschuhe, geil. Bin perfekt ausgerüstet. Weißt du auch, was mit so reichen Immobilienmaklern passiert in Amerika, ne, auf einmal sind sie Präsident. Genau, ich wollte heute auch schon euer Immobilie verkaufen in dem Game, aber dann bin ich gestorben. Jawohl, ich hab ne Schrotze, Alter. Ja auch. Hier liegt auch noch ne Polizeiweste und ne, ja, und hier liegt noch ne Schrotze. Okay. Und ich modz nie wieder, was ich nichts hab. Warum, was hast du? Ne AKM. Hier ist noch ne Weste, Stufe 1. Ja, Stufe 1 ist da, wie auch hier. Wieder, ja gut, ich hab auch ne Schrotze. Wir sind jetzt, ähm, wir sind jetzt zwar nicht hier, wo ich eigentlich hinwollte, aber hier ist schon okay. Mit dem brutalen Mollecocktail der Verdammnis gefunden. Okay. Ich kann ihn dich damit auch töten. Ich denke ja. Ja. Du schaffst das. Sowas würde ich nie tun. Ja, ja. Ich hab das noch auf Tape. Ja, ist alles photoshoppt. Ne, ne. So, okay, pass auf. Und jetzt wollte ich, ähm. Ja, erzähl ruhig weiter, den Plan der Pläne. Ich hab hier noch nen Hausraum mit. Ach guck mal, genau da, wo du bist, da wollte ich auch hin. Na gut, dann gehen wir dann da. Hier gibt's nichts. Okay, dann gehen wir einen weiter. Oh, das ist ein Rucksack. Marker ist gesetzt. Ich hab nur ne Schrotze. Ähm. Wir gehen jetzt so ein bisschen Richtung Georg Town. Oder St. Georg oder Georgien. Georg Pool. Georg Pool. Georg Pool sind fünf, oder da ist auch ein Squad runtergekommen. Okay. Du musst mal ein bisschen aufpassen. Äh, aber da gibt's auch Autos. Und wenn wir uns hier ganz am Rand bewegen, dann sollte das, denk ich mal, hinhauen. So, dann eigentlich nichts. Links wär ein Jeep. So, wenn wir einen brauchen. Ja, den brauchen wir. Bei mir im Haus liegt noch nen, äh, Rucksack, falls man einer einen braucht. Äh, ja, lass liegen. Ich geh, ich geh, ich denke mal, da in der Dings ist ein Jeep. Äh, nimm mal den Jeep mit. Und dann treffen wir uns da an dem Marker wieder. Warte, ich komm sofort. Da loopen wir noch mal. Und dann fahren wir, äh, dahin würde ich sagen. Warte mal, wo wollt ich den Marker haben? Da wollt ich den Marker haben. Und dann fahren wir einmal quer über die ganze Karte. Okay. So hab ich mir gedacht. Aber von, 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 von der Idee her bestimmt nicht verkehrt. Ist das doch schon mal ganz okay, wa? Ja, also nen Rucksack braucht keiner mehr von euch. Ich hab nen Rucksack. Na, ich hab jetzt nen Rucksack. Stufe 1 zwar nur, aber egal. Ja, hab ich auch. So, im Verband. Hier liegen noch, äh, erweiterbare Magazine. Okay. Da ist der Hilfe Koffer. Neun Millimeter Pist, äh, Dings, Munition. Auch noch ein paar. Eine Armbrust, falls jemand braucht. Hab ich noch nicht mal's gesehen bis jetzt im Spiel, aber, ne. Hier ist auch wieder die Polizeiweste. Hier liegt ne Skrall. Ich brauch Munition, das wärs eigentlich. Ich hab ne AKM und nen Tierfachsucher. Nice. Äh, nimmst du nen Cheap mit, Loki? Loco? Äh, ja. Ist hinter dir auf der Straße. Hinter mir? Ja. Oh, nice. Was? Rucksackstufe 3, alter. Ich such den Jeep. Also, ich hab Platz. Da ist ein Jeep. Und ich hab nen holographisches Visier. Auch gefunden. Okay, aber ich bleib meinem Tierfachsucher troll. Oh, ne. Oh, ne. Oh. So, ja. Ich wollt grad sagen, alter. Ich hör ein Auto. Äh. Spieler über mir. Uh. Und dann. Spieler hinter mir an der Lagerhalle. An dem Gebäude. Oder? An der Lagerhalle bin ich sofort. Auto fliegen. Das ist gut. Das war bestimmt Herbie. Ja. Volle Fahrt. Aber die verpissen sich. Hier ist noch ne M4. Ja. Kann ich die Musik in die AKF stecken? Ne, ne? Ne. Erst gesagt, kann ich die Musik in die AKF. Okay. Ja, hast du das. Ach so. Zeig mal hier. Nein. Ich wollt meinen SKS. Ach, außerdem hab ich ne SKS. Und keine AKF. Hupala. Nice. Da ist Munition für mich. Munition. A la Griff für mich. Du stehst mir im Weg. Ich schmeiß mal nochmal. Hauptsache du schmeißt es keine Granate. Das Spiel kennen wir. Neun Millimeter. Munition raus. Die M4 ist immer noch hier. Ja, ich hab ne Skral. Ich wollte nur die Munition haben. So, okay. Wir müssen uns langsam vom Acker machen. Ja, Jeep hab ich hier vorgeparkt. Passt um des Wortes. 5 Sekunden bis der Bereich sich verkleinert. Wir müssen uns richtig auf den Weg machen. Benzin hat nicht zufällig einer von euch noch. Ne. Komm rein da. Ich hab nen Marker gesetzt. Da fangen wir hin. Das ist klar. Der Gelbe bin ich glaube, ne? Ja, ich bin der Gelbe. Ich hab Blau weggenommen. Tank sieht aber gut aus. Nein. Kann von dir schießen aus dem Auto. Ja, ja. Müssen wir nur aufpassen, wenn ich jetzt nämlich auch rausgehe, ne? Ja. Dann kannst du mir in den Kopf schießen. Ich fahre. Hab ich bei Hand of Blood gesehen. Ja. Da steht noch ein anderes Auto. Ja. Da steht. Aber wir haben ja schon. Außerdem sieht unser Betientank gar nicht so übel aus, würde ich sagen. Da ist noch ein Motorrad. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dort zwischendurch, obwohl, ne, ne, ne. Wir sind... Ne, ne. Müssen uns beeilen. Ja. Ansonsten zwischendurch mal irgendwie noch so ein bisschen looten oder so. Ja. Boah. Ich hab... Leck. Ja. Hallo. Framedrop. Egal. Weiter geht's. Boah. Hier ist auch noch alles ungemutet. Ah ja. Ja, weil so weit geht keiner, dann sag ich mal wirklich, abseits. Von Auto. Aber ich würde sagen, fahr jetzt nicht mal über die Straße, fahr einfach querfeldein, oder? Ja, mach ich. Weil sonst fährst du so einen riesigen Umweg. Jawoll. Haltet eure Nüsse fest. Jetzt geht's ab. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Haha. Halt dich ein bisschen rechts. Das geht's ziemlich ab. Die Rumkugeln versäulgen. Rumkugeln? Das kenn ich. Na, wenn du den nicht festhältst, dann kugeln die herum. Hahaha. Tja, Gott, Alter. Hahaha. Richtig grottig. Wenn ihr mehr von uns an. Nur weil ich einen Witz haben wollt, abonniert seinen Kanal. Der macht immer sowas. Haha. Ja. Ja. Mit Leiter kommt man weiter, ne? Ja. Und draußen ist Gelder. Ey, wenn du so weitermachst, piepst ich dich raus, Anna. Warum? Haha. Ich hab sogar noch so'n geiles Ding. Mit Messer geht besser. Hahaha. Boah. Das ist ja ne Fahrer. Einner Kirche, oder was? Äh, das allergeilste ist sowieso, ne? Ne, ne weiter. Vom wegen, ab der, äh, weißt du, wisst ihr, was die dümmsten Menschen sind? Die dümmsten Menschen sind diejenigen, die tauben anschreien, die hören eh nix, die sind taub. Die können nur riechen Voll gut Den Spruch ne, den feierst du schon seit ein paar Jahren bestimmt schon seit sieben Jahren das ist der Hammer Das nächste Beispiel für die nächste Pisa-Studie, die kommen wird Ja, genau Da, gelber Marker Ja, lass es rein Fahr so um Dicker Nein Du musst zum Marker, ne? Du musst jetzt einmal Achso Okay Gut, dann hab ich nichts gesagt Weil wir könnten dann auch gucken Wir könnten dann auch eigentlich nach Mülter reingehen Warum wollt ihr mal in die Stadt? Da tut's doch weh Ja Aber Das ist nicht Eis.de Boah, ich hab auch geweint Hohoho Hohoho Aber Das Ding ist halt Da gibt's Loot Aber bei der Ding? Ja Also Da ein Ding ist Loot Nein, da ist Loot Das Ding Das Ding Ja, also ich hab da nichts gegen, ne? Wenn ihr das wollt, machen wir das Ja, mir egal Von mir aus gehen wir weiter außen rum Aber Ich mein, wir können auch Spieler killen Und äh Die du Die ganzen Zuschauer sind ja auch hier um ein bisschen Action zu sehen Und nicht einfach nur meine wunderbaren Fahrgünste mit einer Flasche Bein intus Don't drink and drive, ne? Ja, smoke and fly Ja So, bitte einmal wie auf dem Präsentierteller Viel Spaß beim Stern, ich bin weg Ja, lass dich City stürmen Da hat doch keiner gemerkt, dass wir gekommen sind Ja Genau, du hast einen viermal Sucher Such mal ab Ich suche Hier in der Nähe ist auch der Bunker, glaub ich Da können wir dann auch eigentlich reingehen Ja, natürlich kommen wir dabei Da haben wir gesehen, wie toll man in den Bunker kommt Naja, aber hier vorne ist wirklich ein Bunker Da können wir wirklich rein Ja, ja Ja, kein Scheiß Warte mal, der Bunker müsste hier irgendwo sein Sollen wir da hingehen? Komm, pass auf Ja, pass auf, lass den Bunker gehen Ich hab Marker gesetzt Wenn wir jetzt gleich wieder an der Wasserstadt rauskommen Nein, nein Ist aber auch jemand los Nein, nein, trust me Ey, da hinten ist der Airtop, das ist gar nicht so weit weg Wo? Ah, ist nicht so weit weg, aber ist gar nicht weit weg Nö, nö Ist ein ganzer Arsch Komm mal, wir haben ein Auto Ne, pass auf, lass den Bunker gehen Pass auf, trust me Ich hab ne gute Schrotze, die ist voll beladen Das, das funktioniert Du könntest auch Fremdenführer werden Ja Ja, wer mit dir mitläuft, dann wird einer Fremde Ich wette, wir kommen gleich in mir keine Bunker dieser Welt rein Doch Ich schwör, ich warte schon Ich hab da, ich hab letzten Samstag beim Video schneiden, hab ich mir mal so ein paar, äh, so ein Stream von so einem, äh, auch von so einem kleinen YouTuber Den hab ich auch geendet, also wir hätten theoretisch mal 4 Mann Squad, äh, der war gar nicht mal so, so schlecht, der war wirklich gut eigentlich Der hat auch mit 3 Mann gezockt, und äh, der hat mir auch den Bunker gezeigt Ja, aber siehste, du sagst selber, er war gar nicht so schlecht, warum soll der mit uns spielen? Das hat doch gar keinen Sinn, wenn er selber nicht schlecht ist Ja, nee Dann machen wir, dann machen wir das ganze Spiel kaputt Ja, genau Hab ich mir so gedacht, und äh, vor allen Dingen, ich sag mal so, andersrum, äh, kann der uns dann ein bisschen hochboosten Ne, dann haben wir auch mal Gewinnchancen Deswegen spiel ich auch mit Simi Alter, muss ja mein Aim mal, Alter muss ja den Aim ersetzen, den ich nicht besitze Warum, du hast doch den Todes-Aim, du hast dich selber geheadshot und mit einer Granate Ja Ja, das kann ich hier noch Und guck mal, da ist sogar Benzin und ein Rebull, warte, den nehm ich mit Ja, weißt du, was das Problem mit Benzin ist? Hau Wir haben kein Auto Ja, egal Ja, komm, lass weiterlaufen Da ist der Bunker, da vorne ist der Bunker Wo? Hier vorne, hier, hier, hier Das ist ein Bunker Ganz sicher Ja, ganz sicher Da war ich schon drin, da sind gute Waffen, wenn die jetzt nicht weg sind Was ich vermute Aber der Bunker, der hat auch, ähm, viele Eingänge Deswegen ist, äh, ich kenn mich da selber noch nicht, ich war da bis jetzt einmal drin Ich weiß nur, auf der Karte hab ich mir gemerkt, wo der Bunker Eingang ist Bist du da auch wieder lebendig wieder rausgekommen? Äh, einmal ja, und, äh, ich war nur einmal drin Ich war nicht Alles gut Ich wollte nämlich gerade einschreiten, wie du warst, nur einmal drin, aber einmal ein bisschen Leben daraus kommt, aber nicht mysteriös Nein, theoretisch waren wir schon zweimal hier drin, weil einmal war ich gerade ja schon mit dem Dings hier drin Das ist super heftig Ja, dann weißt du, wer jetzt vorgeht Ja Nur, beim zweiten Mal waren wir hier ohne Munition drin Das hat sich also auch nicht viel geändert, ich hab 10 Schuss Äh, ich hab über 100 Aber es sieht so aus, als wenn hier noch keiner drin war Ja, hier, hier liegt eine M4 mit Munition Hier liegt ein zweier Helm Hier liegt noch Munition Guckt euch das an, Alter Hier liegt noch eine fette Schrotze Guckt euch das an, hab ich euch scheiß erzählt Es gibt hier richtig viel zu looten und ich muss mir eine Liederjacke Zieht Zieht Ich fühl mich Auch Munition Die Munition kann ich nicht aufheben, aber hier ist richtig viel, Alter Hier ist, hier ist Ja, aber auch richtig viel verpackt, weil die Munition dahinten kann ich nicht aufnehmen Wofe, äh, gut, die, äh, die Dings hier Achso, die hat keinen, hast du jetzt hingeworfen, ne? Ich hab keine, aber keinen mehr hingeschmissen Wem werden? Äh, die hab ich da hingeworfen So, wie oft warst du jetzt in diesem Bunker? Viermal? Ne, dreimal Das war ja nur eine Frage Ja Oh! Hier, was hab ich hier? Ein, ein, ein hinten schwarz Ich würd gern die Jacke wieder ausziehen, weil, ne Lieder ist nicht so meine Farbe Äh, Stufe 2 wärste? Wenn noch keiner hat Würde ich nehmen? Äh, da Ich hab ne fucking Stufe 3 Weste, Alter Kurwa Miet Geil, Alter Das ist ne Stufe 1 Weste Bei mir Stufe 3 Stufe 3 Rucksack und Stufe 3 Weste, Alter Hey, du läufst immer noch im falschen Meter, ja Du läufst immer noch im falschen Meter, ja So, jetzt aber Bist du Oh, ne, hier liegt eine Granate Ich bin confused Äh, wir müssen nur, einer muss die Karte in meinen Blick halten Okay, wir sind aber nur drin Ach, ja So, ich weiß jetzt nicht, wo Achso, hier ist ein Ausgang Achso Da sind ganz viele Leute auf uns Da ist der Ausgang, okay, alles klar Ja Ne, ich würd sagen, wir gehen nochmal die andere Richtung lang Welcher Ausgang? Hier oben ist ein Ausgang Ah Aber lass mal hier unten noch in die andere Richtung gehen Hier geht's noch weiter Ja Hübscher kleine Bunker Ja hübscher Bunker Ich hocke in meine Bunker Kennt ihr das Lied? Ja Ich hocke in meine Bunker Beige Bessere Jacke Oh ho 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 Meins Boah! Oh was ist das? Beige Meins Pants! Aber geil alter, da hat hier noch keiner drin war Find ich guge Hey das kannst du haben Das will ich gar nicht Jetzt hat der's aufgenommen oder? Oh guck mal die ist hübscher Entweder geradeaus oder hier ist noch so ein Abzweig Aber ich glaube hier ist nur ein Ausgang Ja hier ist nur ein Ausgang Lass in die andere Richtung Machen wir mal noch Munition Da ist dunkel Da ist dunkel, da will ich nicht rein Hä? Kampfhose in Weiß Rucksack Stufe 2 Sanitätstasche Nehmen wir mal mit Warte ne Sanitätstasche? Ja Übel geil die macht wieder full life ne? Ja nach 10 Sekunden Ja Munition wär so toll Hier liegt noch ein 3er Rucksack Ne 2er Rucksack schade Kann da ein Eisgerand Kann sein Kann sein Weiß ich nicht Ist noch ne Sanitätstasche Stufe 2 Ich hab schon 2 Da ist noch ne Stufe 2 Dings Stufe 2 Ne Ne Meins Erste Hilfe Koffer Ja Und ich hab nen vertikalen Neuen Griff Da ist noch ne Dings Und ne Vector Wir sind noch taktische Lager für M14 M416 Boop 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 Ah da Keine Vector Wir haben Munition für meine Waffe Ich bräuchte immer So ne Dings Ok hier ist auch nochmal ein Ausgang Warte mal jetzt müssen wir erstmal gucken Ja wir müssen mal langsam Kriegers geben Wir sind nicht mehr bereit Oh shit Ja Lass aber oben rauslaufen Also hier rausgehen und dann Ja ja Oben rumlaufen Oben raus Und hinten rein Genau Oder hinten rein und oben raus Das ist ekel Das ist ekel Das ist Standard wenn man einen langen hat Schwanz und Longus Kuchen mal wer hat mich jetzt hier so erschreut Alter Der wurde lang aber ganz schön klein Ich könnte mich jetzt Miss Piggy nennen Hat er sich jetzt auch gekräuselt? Ja Nice Äh wir müssen jetzt Ja schön Ab nach Milter Da wo wir gerade waren Yay Du bist in einem an dem Fall für die Karte Wechsel ein Auto Enten auf dem Feld Äh ja wolltest du das Auto noch nehmen? Wir haben 28 Sekunden noch Ne komm lass ohne Auto Wir sind gleich beim Bereich Ich mag Autos Mit den gewinn ich immer Das Spielbereich Verkleinert sich Müssen wir alle mal ein bisschen näher zusammenrücken Dann passt das Äh Das fährt sich am Leben Kann gar nicht sein oder? Ne Schüsse Schüsse ja Ja Irgendwo oben Oben von der Berg Irgendwann Aber ich möchte zuerst gehen in der Bereiche Ja Wir gehen erst in den Bereich Und dann Gucken wir nochmal den abdecken Ey wir uns um und dann wird zurückgeschossen Oh vor uns Hinten an dem Haus Spieler Der zielt auf uns Vorsicht Weiter gedackelt die Ratte Hat mal Gar nichts gesehen Ich auch nicht Doch Direkt Hier unten Dieses Oh Auto kommt auf Da 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 seh ich auch rein Auto Schieß drauf Der will mich nicht mal fahren Der will mich nicht mal fahren Boah scheiße gelaufen Ne der ist ausgestiegen Der schießt mit Da kommen noch Oh zwei Autos Vorsicht Ah mich haben sie gekriegt Ich liege am Boden Schnell hebe mich mal ane auf Ah fuck ich bin tot Alter Wichs Alter ich hab so guten Stuff gehabt Ey fuck ey Ah kommen die mit zwei Autos da an Alter mit drei alter Wichs das Ich hab so guten Stuff gehabt ne Oh Linkerseider Ich lieg auf den Boden Scheiße Ich lieg sie noch Boah Haben sie uns übel kaputt gehauen Ja Vierzehnter Platz alter What the fuck Sind doch wenig Pünktchen ne So Hab gesagt wir nehmen das Auto Ja Händen wir mal das Auto genommen Ja Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein D